Stumme Legenden der Ersatz Überraschend hatte Claudio Pizarro beim 1. FC Köln unterschrieben, doch Monate später herrscht beim Peruaner nur noch Ärger über die Situation beim FC. Claudio Pizarro, 39, zeigt sich über seine bisherige Zeit beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln enttäuscht. Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt. Ich bin fit und fühle mich gut. Es ist schade, ich will spielen, sagte Pizarro im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger, aber das entscheidet nun mal der Trainer. Die ehemalige Bayern- und Bremen-Stürmer kommt seit seinem Wechsel im September 2017 zum FC erst auf 197 Einsatzminuten in sieben Spielen und blieb bislang ohne Treffer. Den Wechsel nach Köln schätzt der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte aber nicht als Fehler ein, ich wollte weiter Fußball spielen. Und der Verein gefällt mir sehr gut. Ob er seine Karriere nach dieser Spielzeit beenden wird, will Pizarro erst nach der Saison entscheiden. Sein Vertrag beim FC läuft im Sommer aus. Den Traum seiner ersten WM-Teilnahme mit Peru hat Pizarro noch nicht aufgegeben, ich habe weiter Kontakt zum Nationaltrainer. Es gibt eigentlich kein besseres Karriere-Ende, sagte Pizarro. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.